Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 247. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Zwei ganz kleine Anmerkungen zu unserer letzten Episode will ich loswerden. Die eine Anmerkung hat uns erreicht, eine Frage zu unserem zehnjährigen Jubiläum, das wir in Essen feiern wollen. Da sind wir gefragt worden, was denn sei, ob man da vor der Tür stehen könnte, dann sei es ausverkauft oder ob man sich vorab Karten reservieren kann. Wir werden noch was einrichten, wo man sozusagen reservieren kann. Allerdings hat der Raum, in dem wir das veranstalten, Platz für mehrere hundert Leute. Also ich persönlich glaube jetzt mal nicht, dass das ausgebucht sein wird. Also würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn so viele Menschen mit uns feiern kommen wollen. Aber wir werden noch ein Portal einrichten, damit wir so ein bisschen einen Überblick haben, wer denn alles kommen möchte oder wer plant zu kommen, damit man ein bisschen die Größenordnung im Auge behalten kann. Und das war die eine Anmerkung. Und die andere Anmerkung ist nochmal zu unserer Folge zum Königsberg-Sanatorium und dem Gewinnspiel. Da werden wir jetzt auch dann demnächst losen. Und da sind wir nochmal im Rahmen einer Gewinnspiel-Milheit schrieb dann jemand, Mensch herzlichen Glückwunsch und ich freue mich, dass er da ein bisschen Taschengeld von Sony gekriegt hat. Und da möchte ich noch einfach ganz kurz sagen, das haben wir vielleicht auch nicht vernünftig erklärt, wir haben für diesen Teil in der Sendung kein Geld erhalten. Also das war nicht etwas, was eingekauft worden ist, sondern wir sind zu dieser Premierenfeier nach Hamburg eingeladen worden. Das heißt, wir haben ein Abendessen bekommen, wir haben diese Nachttour durch den Wald bekommen, haben selber so ein Survival-Paket bekommen und konnten dann dementsprechend noch die Pakete, die wir für euch verlosen, abgreifen. Aber Geld ist da nicht geflossen und uns hat tatsächlich dieses Hörspiel auch gut gefallen. Deswegen haben wir den Beitrag so gemacht, wie wir ihn gemacht haben. Aber klar, wir haben das nicht vernünftig dargestellt und haben gesagt, das ist jetzt alles eingekauft und wenn man das blöd ausdrückt, dann muss man das glaube ich hinterher nochmal richtig stellen. Wir werden auch demnächst nochmal transparenter sein, wenn sowas kommt, dass wir euch genau sagen, was wir dafür erhalten haben. Und das war halt dann nicht so spektakulär, wie man vielleicht glauben mag, aber es war ein nischer Abend. Ja, kommen wir zum normalen Sendeschema. Ich soll ja nicht so viel vorne erzählen, wird mir immer gesagt. Vielleicht eine Sache noch, seht es mir nach, wenn ich mich zwischendurch mal räuspern muss oder gar vielleicht huste und das sich nicht mehr hinterher so unbedingt rausschneiden lässt, versuchen wir natürlich. Ihr habt es gehört, das Coronavirus ist in Hamburg angekommen. Genau, genau. Nein, nein, es ist definitiv nicht. Ich habe bloß eine ziemlich bescheuerte, hartnäckige Bronchitis seit mehreren Wochen und die mag mich so gerne, dass sie mich nicht mehr alleine lassen möchte. Man kann es fast nachvollziehen, aber wir wollen sie eigentlich doch loswerden. Ja. Ja, aber dafür hast du hier so ein bisschen auf dem Krankenlager eine schöne Geschichte rausgesucht. Ja, die ist schon ganz sommerlich irgendwie. Ja, ist doch gut. Man kann das ja dann irgendwann vielleicht auch nochmal im Sommer hören. Insofern machen wir da erstmal weiter. Die Story der Woche Jetzt nach so vielen Jahren kann ich es ja offen zugeben, ich habe das auch mal gemacht, dass ich mit ein paar Freunden nachts ins Freibad eingebrochen ist, vielleicht zu viel gesagt. Also, dass ich mich da aufs Gelände geschlichen habe, kletternderweise und dann nachts im Freibad schwimmen gegangen bin. Zum Glück ist da aber nicht das passiert, was einem 16-Jährigen vor einiger Zeit im Süden dieses Landes, im Süden der Republik passiert ist, der beim Verlassen des Geländes mit dem Allerwertesten im Eingangstor stecken geblieben ist. Und dann also wirklich hilflos da klemmte, bis man ihn da also wieder dann rausholen konnte. Also der hat dann irgendwie da gehangen und konnte nicht vor und nicht zurück und hat dann selber die Polizei verständigt irgendwann und die haben ihn dann mit einer Rohrzange befreit. Wie unangenehm. Also die Feuerwehr hat ihn befreit und die Polizei hat da um Hilfe gebeten, aber es ist natürlich auch mega peinlich, wenn sowas passiert und offensichtlich war er alleine und es konnte ihm ganz keiner helfen, wenn die Geschichte denn stimmt und es sich nicht um eine besonders putzige, moderne Sage handelt. Da werden wir dann am Ende der Sendung hoffentlich aufgeklärt werden, ob du uns ein Bären aufgebunden hast. Thema der Woche Ja, das heutige Thema der Sendung ist ein wenig wieder ein Thema, das man, zumindest wenn man so den Überschrift liest, meint zu kennen und da irgendeine Vorstellung darüber hat, was es denn sein könnte. So ging es mir zumindest. Und erst als wir dann angefangen haben, das Thema zu recherchieren, habe ich festgestellt, wie spannend eigentlich diese Geschichte ist und wie in dem Fall, ich sage, ich benutze das Wort spannend immer, wenn mich etwas beeindruckt. Vielleicht ist es einfach kein schönes Wort, was ich da an der Stelle benutze, denn die Geschichte ist irgendwie auch dramatisch, traurig ein Stück weit und sicherlich auch ein Zeichen ihrer Zeit. Umgedreht, aber wenn ich mich jetzt gerade umgucke zu diesem Zeitpunkt im Ende Februar 2020 in Deutschland, hat das Ganze plötzlich schon wieder Aktualität in einem ganz anderen Kontext, den wir am Ende vielleicht noch etwas einbinden können. Denn ihr habt es natürlich schon gelesen, es geht heute um Typhoid Mary und vielleicht während ich rede, überlege ich nochmal, was euch zu diesem Thema einfällt, die Typhus Mary, was euch dazu einfällt. Und ich hatte selber, bevor wir recherchiert haben, so die Vorstellung, es geht hier um eine Person, die mit Typhus infiziert war und krank war und andere Leute absichtlich angesteckt hat. Ja, also so ein bisschen sowas wie, glaube ich, ist das sogar in der Witcher, im Witcher-Universum irgendwie die Pestjungfer, die durch die Gegend geht und dann irgendwie so als unheimliches Zeichen für Pest und Seuchen und so weiter. Also keine Ahnung, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Auf jeden Fall hatte sie immer so den Rochus des leicht übernatürlichen Horror-Charakters. Und es gibt ja auch im Marvel-Universe einen Charakter, der Typhoid Mary heißt. Also das hat natürlich auch wirklich so die Fantasie der Menschen beflügelt und Einzug in die Popkultur gehalten. Und das ist da eigentlich auch nicht mehr wegzudenken, auch nicht so als stehende Redewendung. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass ich natürlich auch all diese Dinge irgendwie immer im Hinterkopf hatte und dass man aber der Person dahinter, Mary Mellon, einer irischen Einwanderin in New York, damit furchtbar Unrecht tut, die auch in einem ihrer vielen Briefe, Aufzeichnungen darum gebeten hat, der Nachwelt doch bitte als Mary Mellon und nicht Typhoid Mary im Gedächtnis bleiben zu wollen. Und trotzdem denken wir natürlich alle immer an Typhoid Mary als diejenige, die wie so ein Racheengel durch die Straßen geht und Menschen mit Typhus infiziert. Aber heute wollen wir mal ein bisschen mehr auf ihr Leben gucken und auf das, was wirklich dahinter steckt. Ja, Mary Mellon, du hast es gerade schon gesagt, wurde geboren am 23. September 1869 in dem, was heute Nordirland wäre und verstarb am 11. November 1938. Die Ereignisse, die sie ja weltbekannt gemacht haben, vielleicht kann man das tatsächlich so sagen, begannen dann im Jahr 1900 im Grunde genommen. Und sie war zu diesem Zeitpunkt eingewandert in die Vereinigten Staaten. Also sie ist als Teenager alleine aus Irland in die USA nach New York gekommen und wer von euch einmal in den USA gewesen ist und sich in New York Ellis Island angeguckt hat, wo also die Einwanderer angekommen sind. Das ist ein Ort, der wirklich eine so gruselige Atmosphäre hat. Also überhaupt ganz alleine aus schrecklichen Verhältnissen in Irland, wo es auch wirklich viel Hunger und unsagbares Leid gegeben hat, in die USA einzuwandern und sich da durchzuschlagen. Sie hatte wohl erst irgendwie Onkel und Tante, aber die sind dann irgendwie auch verstorben. Also sie war da wirklich komplett auf sich alleine gestellt und hat sich wirklich auf bewundernswerte Art und Weise hochgearbeitet. Also sie hat sich wirklich eigentlich ein ganz gutes Standing verschafft und obwohl sie eine Angestellte gewesen ist, ein ziemlich gutes Auskommen wohl gehabt. Genau, geboren wurde sie in der Stadt Cookstown übrigens, 1890 ist jetzt ein ganz passender Name, denn da kommen wir gleich zu. Und du hast gerade beschrieben, schon die Zustände der Einwanderer in Ellis Island. Natürlich sehr viele Iren, die in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind, auch das ist ja bekannt. Vor dem Hintergrund auch der Hungersnöte im 19. Jahrhundert. Genau und sie war 14 oder 13 Jahre alt, das ist nicht ganz klar, wann sie in die Vereinigten Staaten eingewandert ist. Also auch noch ein junges Mädchen und dann im Alter von, jetzt müsste ich rechnen, 31 Jahren, 1900 dann letztendlich, war sie als Köchin tätig. Und das war, also nicht nur als Köchin tätig, sondern bei den gehobeneren Familien im Staate New York. Und da auch schon fast so ein bisschen mehr als nur eine Köchin. Ganz kurz, New York City, nicht im Staate New York, sondern tatsächlich New York City. Nicht, dass das falsch rüberkommt, da habe ich mich verschnackt. Und jetzt muss man natürlich schauen, es kam natürlich so die High Society schon um 1900 herum in den Vereinigten Staaten mit wohlhabenden Familien, industrielle, das begann ja alles dort in den Vereinigten Staaten. Für eine alleinstehende Immigrantin war das natürlich alles nicht so einfach. Und als Köchin in so einem Haushalt zu arbeiten, wie du schon sagtest eingangs, das war eine gewisse Karriere. Also sie hatte etwas geschaffen, sie wurde halbwegs vernünftig bezahlt. Trotzdem war das noch eine sehr klassische Zweiklassengesellschaft, die es natürlich da gab in den Vereinigten Staaten. Aber immerhin, sie hatte ein relativ gutes Gehalt und das kommt auch durch ihre Lebensgeschichte durch. Sie war offensichtlich eine ziemlich gute Köchin und hat nie Probleme gehabt, Anstellungen zu finden. Das Problem oder das, was sie begleitet hat in der Zeit von 1900 bis 1907 war allerdings, dass in den Familien, in denen sie gekocht hat, die Menschen und zwar, sagen wir mal, Haushalte von fünf bis zehn Personen, dass es da immer sehr, sehr viele Typhusfälle dann plötzlich gab. Zum Teil fast die ganzen Haushalte Typhus erkrankt waren. Also Angestellte und Familie waren da zum Teil betroffen. Genau und sie hat die Familienmitglieder oder auch ihre Kollegen aus der Dienerschaft mit gepflegt, war also sehr, sehr fürsorglich und hat dann aber auch wiederum die Jobs gewechselt, ist selber nicht krank geworden und das war zumindest erstmal ungewöhnlich. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz, bevor wir weitermachen, nochmal darauf eingehen, Typhus, was es denn genau ist, bei uns ja in Deutschland eine Zeit lang auch als Fleckfieber bezeichnet gewesen, als Erkrankung, ist eine bakterielle Erkrankung. Das ist eine Krankheit, die im Grunde genommen nicht auf Tiere übergreift, also keine Zoonose oder etwas in der Richtung, sondern… Zoonose ist aber vom Tier auf den Menschen. Achso, und umgedreht? Weiß ich gar nicht. Oder beides? Oh, peinlich, peinlich, peinlich. Leute, jetzt habt ihr wieder irgendwie die Möglichkeit, uns zu ergänzen, zu korrigieren oder wie auch immer. Ja, also auf jeden Fall eine Krankheit, die bei der Tiere in der Übertragung keinerlei Rolle spielen. Beides sind Zoonose. Ich habe gerade mal nebenbei geguckt. Also keine Zoonose. Und bakteriell, das ist nochmal ganz wichtig, also keine virale Erkrankung und das heißt natürlich eine bakterielle Erkrankung, da braucht man Antibiotika für und um Antibiotika natürlich zu haben, war es entsprechend wichtig, irgendwann mal zu identifizieren, um was es sich genau handelte oder was man angreifen muss. Es war, ja, das Bakterium Salmonella enterica, wenn ich es richtig ausspreche, war dafür verantwortlich, oder enterica simuva typhi, so heißen die beiden Bakterien, die diese Krankheit hervorrufen. Und diese Krankheit ist geprägt dadurch, dass die Menschen hohes Fieber bekommen, sie bekommen Durchfall, sie werden fleckig und die Übertragungswege sind im Prinzip ja eher durch die fäkale Ausscheidung. Das heißt, wenn man sich nicht vernünftig die Hände nach dem Toilettengang gewaschen hat und da also die Bakterien an den Händen verblieben sind, dann konnte man damit die Krankheit übertragen. Da muss man natürlich auch nochmal wissen, dass die Sanitäranlagen im New York City des Jahres 1900 oder des beginnenden 20. Jahrhunderts jetzt auch nicht so super gut waren und man muss sich die Hände halt auch dann anständig waschen. Jetzt könnte man sagen, als Koch, wenn sie dann tatsächlich diese Bakterien an den Händen gehabt hat und sie wäre dafür verantwortlich gewesen, wie ist denn das, wenn man kocht, dann kocht man doch Bakterien. Sind die hitzeresistent? Ne, sind sie nicht. Auch das kann man nochmal sagen. Also abkochen oder auch adäquate Händehygiene können also gegen Typhus schützen. Das wusste man langsam zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da war man sich bewusst, es gab zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht Antibiotika. Das heißt, um Typhus zu vermeiden, war man sich schon bewusst, dass es strenge Hygienevorgaben geben muss, um eine Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden oder einzugrenzen. Und umso mehr war man überrascht, wenn wir jetzt wieder auf Mary Mellon zurückgehen, dass die Krankheit in Upper Class Families auftrat, weil Typhus, genau aus den gestellten Hintergründen, die ich gerade gesagt habe, zu dem Zeitpunkt so als eine Krankheit der Unterschicht, der Unreinen, eher so der Obdachlosen oder so galt und man doch dann sehr überrascht war, wenn größere Typhusfälle, sprich mehrere Personen, in so einem reichen Haushalt erkranken. Da zeigt sich natürlich auch wieder so dieses Klassendenken und diese Vorstellung, dass Krankheiten, von denen man, also vor allen Dingen als wissenschaftlicher Laie, gar nicht genau wusste, wie sie entstehen und sich verbreiten, dass die eben bei Menschen vorkommen, von denen man denkt irgendwie, ja, das ist bildungstechnisch und kulturell sozusagen ein gehobener Standard. Also das war eine ganz, ganz schwierige Vorstellung, eben diese beiden Dinge zusammen zu bekommen. Und die Person, die sozusagen mit detektivischem Spürsinn dem Typhus in der Stadt New York auf die Schliche gekommen ist, die hat sozusagen auch sich mit diesen ganzen Vorurteilen herumplagen müssen und hat sozusagen gegen diese ganzen Missverständnisse gleichzeitig auch mit angekämpft und dann eben einen völlig neuen Weg aufgetan, diese Krankheit zu identifizieren und Ansteckungswege zu identifizieren und dann eben auch dagegen vorzugehen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, auch epidemiologisch. Genau. Ja, und jetzt haben wir schon gesagt, von 1900 bis 1907, so die erste Phase von Mary Mellon, die dann relevant wird. Und insbesondere war es dann im Jahr 1906 so, dass sie auf Long Island, in der Oyster Bay, als Köchin tätig war. Und interessanterweise ist es so, dass es eine Aussage, also das waren so die Sommerresidenzen der reichen New Yorker Familien auf Long Island und typischerweise hat man den Koch gar nicht mitgenommen oder die Köchin, sondern hat vor Ort Leute engagiert, die dort kochen sollten. Und Mary Mellon muss offensichtlich so gut gekocht haben, dass sie gesagt haben, nee, die nehmen wir mit auf unsere Sommerreise. Sie soll dort für uns kochen. Und es war eben so, dass dann in Oyster Bay in Long Island bei einer Familie zehn der elf Familienmitglieder ins Krankenhaus kamen mit Typhus. Sie hat den Jobs gewechselt und man war sehr irritiert darüber, dass dort, ja da, wo die Reichen und Schönen in die Sommerfrische gefahren sind, plötzlich Typhusfälle aufgetreten wird. Und auch dann so wirklich punktuell war. Also man hatte keinen anderen Herd des Ausbrechens dieser Krankheit auf Long Island. Also es war eine ganz punktuelle Geschichte auch, die sich wirklich da auf diese Familie begrenzt hat. Und dann hat sie noch in einer zweiten Familie gearbeitet, die dann auch auf Long Island war, nämlich die Familie des Bankers Charles Henry Warren. und dort war es dann so, dass sie von August bis September, Ende August bis Anfang September dort auch gearbeitet hat und beziehungsweise da vielleicht schon nicht mehr gearbeitet hat, da muss man sagen, aber in der Zeit vom 27. August bis zum 3. September sind dort elf Personen krank geworden. Und das hat dazu geführt, dass man, du hast es gerade schon gesagt, so einen epidemiologischen Detektiv engagiert hat. Und damit tritt George Soper auf die Bühne. George Soper war ein, hier wird beschrieben, Sanitary Engineer in New York, in der Stadt. Und der hat sich eben ganz intensiv mit diesen Typhusfällen, die generell wirklich ein Riesenproblem gewesen sind in New York, auseinandergesetzt. Das war auch so eine Art neues Berufsbild, was sich dort herausgeformt hat. Soper ist 1870 geboren und starb am 17. Juni 1948. Und der war tatsächlich ein Freelancer, also ganz ungewöhnlich. Das zeigt aber auch, dass Menschen in dieser Zeit davon leben konnten, auf die Suche nach solchen Typhusquellen oder Ansteckungswegen zu gehen. Und es wird sehr schön beschrieben, dass er bei seiner Recherche zum Beispiel davon ausgegangen ist, dass das Wasser in der Toilette, also da gab es Wasserclosets in dem Haus auf Long Island, dass da die Wasserkreisläufe miteinander verbunden waren. Also dass da irgendwie ein Rohr undicht war und dass eben Wasser aus dem Toilettenkreislauf in den Trinkwasserkreislauf reingegangen ist und daher eine Ansteckung passiert ist. Und dann hat er zum Beispiel, so wird es beschrieben, Farbe in das Toilettenwasser reingekippt und hat gespült und dann den Wasserhahn aufgedreht in der Küche und in anderen Brauchwasserbereichen und hat geschaut, ob da Farbe rauskommt, weil das wäre ja der Beweis gewesen, dass das Toilettenwasser in den Trinkwasserbereich eindringt. Das war aber nicht so. Und Soper hat sich dann wirklich auf die Suche gemacht und hat recherchiert und recherchiert und hat dann festgestellt, dass ungefähr drei Wochen vorher, deswegen habe ich eben gerade bei den Daten so gestutzt, die Köchin das Haus verlassen hat, um eine andere Anstellung anzunehmen. Und das hat ihn stutzig gemacht, denn Typhus hat eine Inproduktionszeit von bis zu drei Wochen, bis die Krankheit ausbricht. Das heißt, wenn diese Bakterien, die lagern sich im Darmbereich an, ich bin natürlich auch kein Mediziner, aber ich habe es ein bisschen gelesen, und gehen dann durch die Darmwand in die Zellen rein und landen dann irgendwann im Blutkreislauf und wenn dann genügend im Blutkreislauf sind, bricht die Krankheit aus. Und das kann eben bis zu drei Wochen dauern. Und dann hat er gesagt, naja, vielleicht war es ja die Köchin und hat angefangen zu recherchieren. Und da kommen wir jetzt genau da zu dem Punkt, dass er Mary Mellon nachrecherchiert hat. Genau, also er hat auch wirklich die Familien angerufen und gefragt, ja sag mal, wie war denn das, als bei euch da die Typhusfälle in der Familie waren? Wer hat denn da bei euch so gearbeitet? Wer hat da gekocht? Und dann kam halt der Name Mary Mellon ins Spiel irgendwann. Und er hat den Weg nachgezeichnet und für ihn bestand dann irgendwann kein Zweifel mehr daran, dass Mary Mellon als Herd Typhus verbreitet hat. Obwohl sie selber nie krank war. Obwohl sie selber nie krank war. Jetzt kann man schon mal sagen, wenn sie als Herd, naja, sie sagt, sie war nicht krank, da können wir auch noch ein, zwei Worte zu sagen. Wenn sie als Herd diese Krankheit verbreitet hat, ich habe das schon mal gesagt, durch Abkochen, also selbst das wäre jetzt komisch gewesen, aber natürlich so eine Köchin bereitet auch Dinge wie Salate zu zum Beispiel und Dressing, da wird ja nicht gekocht. Früchte. Sie war, genau, Früchte, Obst. Und sie war berühmt tatsächlich und das wurde von all ihren Arbeitgebern immer gewünscht für einen Nachtisch, das aus Eis und Pfirsichen bestand. Und das wäre natürlich ein guter Ansteckungsgewicht gewesen. Die Pfirsiche quasi hat sie geschnitten, dann mit ins Eis gepackt und dann nochmal tiefgefroren und dann den Gästen als Dessert angeboten. Und da ist eben nichts gekocht und Kälte können die Bakterien wohl ganz gut überstehen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wie sie dann Typhus hätte betragen können. Aber wohlgemerkt, er hat sie dann identifiziert, hat sie dann sogar aufgesucht. Und das ist wirklich, also man kann es fast wie so ein Theaterstück sich vorstellen und nachspielen, wie George Soper, da er durch den Dienstboteneingang die Küche betritt, das Reich von Mary Mellon, dann nach ihr fragt und sie dann damit konfrontiert, eventuell auf eine nicht sehr charmante Art und Weise, dass sie eine Typhusüberträgerin ist und dass er von ihr Stuhl und Urinproben und Blutproben und so weiter braucht und sie doch bitte kooperieren solle. Und ich glaube, jeder kann sich das gut vorstellen, wenn mitten an einem Arbeitstag, an einem ganz normalen, du ahnst nichts Böses, jemand ankommt und sagt hier, hallo Frau X, Herr Y, Sie übertragen hier aber eine schreckliche Krankheit, dann läuft da so ein ganzer Film im Kopf ab wahrscheinlich und man reagiert nicht unbedingt freundlich. Genau, also bei dem ersten Besuch, wo er sie aufgesucht hat, hat er ihr das genau so geschildert und sie hat gesagt, Die ist mit einer Gabel auf ihn losgegangen, so heißt das immer, so beschreibt er das auf jeden Fall. Genau und später war sie dann ja auch, ja, sehr religiös zumindest in dem, was in ihrem späteren Lebensablauf geschah und sie sagte, naja, es ist eine Gabe Gottes, dass ich nicht erkrankt bin und wenn das stimmen würde, was ja nicht stimmt, weil sie war nie krank, dann wäre sie ja ruiniert, wenn das so wäre und er soll halt sich verziehen. Er hat dann noch weiter nachrecherchiert und noch dezidierter nachrecherchiert und Soper hat dann herausgefunden, dass sie in acht Familien, bei denen sie gearbeitet hat, sieben dieser Familien berichtet haben, dass Familienmitglieder oder Mitglieder des Haushalts an Typhus erkrankt sind. Und er hat sie dann nochmal mit einem Arzt aufgesucht. Soper selber war ja kein Arzt, der war ja wirklich so ein Hygiene-Experte, dieses neue Berufsbild, das sich herauskristallisierte. Und erneut hat sie ihn quasi aus der Küche verjagt. Und als sie dann selber mal im Krankenhaus war wegen einer anderen Geschichte, hat er ihr dann angeboten, okay, wenn du ruiniert bist, natürlich, wenn das so wäre, ich schreibe ein Buch über dich, du wirst berühmt und du kriegst all die Einnahmen des Buches, damit du finanziell abgesichert bist. Und auch da wird beschrieben, dass sie als irische, wie fehlt das Wort? Gestandene Frau einfach. Gestandene irische Immigrantin, also da ganz bestimmt ihn erneut verjagt hat. Jetzt war es aber so, dass das neu geformte New York City Health Department, was zu diesem Zeitpunkt noch relativ frisch war. Also überhaupt so dieses Bewusstsein, öffentliche Gesundheit, wie kann man die Lebensumstände, wir kennen das ja alle aus Berichten der Zeit um die Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts, auch aus Städten wie Berlin, wie gerade in den ärmeren Stadtteilen die Zustände doch wirklich ja unbeschreiblich gewesen sind. Und natürlich sowas den Ausbruch und die Verbreitung von Krankheiten befördert. Also dafür hat man sehr, sehr starkes Bewusstsein entwickelt und hat natürlich Strategien entwickeln wollen, um mit diesen Krisen fertig zu werden. Und es gab eben, ja, dann eine Ärztin, Sarah Josephine Baker, die beauftragt worden ist, nochmal Mary Mellon zu sprechen, die sich aber zu diesem Zeitpunkt schon von den Behörden auch verfolgt gefühlt hat und immer wieder natürlich gesagt hat. Also Mary Mellon hat sich verfolgt gefühlt. Und danach, weil man aber dieser Lage irgendwie Herr werden wollte, hat man sich entschieden, sie in Gewahrsam zu nehmen und sie ist dann zwangsweise ins Exil geschickt worden. Und auch die Art und Weise, wie man das gemacht hat. Das ist also alles wirklich sehr detailliert in den Quellen beschrieben. Also diese Ärztin, Sarah Josephine Baker, die eigentlich ihr Leben ja dem Schutz von ärmeren Menschen und der Verbesserung ihrer Lebensumstände gewidmet hat und trotzdem also natürlich auch viele kritische Worte über die Zustände dort verloren hat. Also dann gesagt hat, die Zustände, die ich da in diesen Häusern vorgefunden habe, die waren teilweise so furchtbar, weil Menschen sich auch selber so vernachlässigt haben und ihre Kinder vernachlässigt haben. Also ich habe da Dinge gesehen, die mich wirklich bis ins Mark erschüttert haben. Also diese Frau, die wirklich mit allen Wassern gewaschen war, ist dann mit Polizeiunterstützung wiederum zum Haus, wo Mary Mellon gearbeitet hat, vorgerückt und hat also wirklich Posten an allen Ausgängen stationiert und hat dann also versucht, Mary Mellon in Gewahrsam zu nehmen. Die hat noch versucht zu fliehen, hat sich dann im Haus versteckt und ist aber verraten worden, auch das wirklich wie so ein Film, der da abläuft. Eine Räuberpistole, ja. Ja, wie so eine Räuberpistole durch ein Fett, also nicht Fetzen, aber durch ein Stück von einem Stoff ihres Kleides, der in einer Türritze noch zu sehen war. So ist man ihr dann auf die Spur gekommen und hat sie dann also wirklich zetern, schreiend und sich wehrend in eine Kutsche verfrachtet und mitgenommen. Erstmal kam sie dann ins Gefängnis, dort hat man sie gezwungen, Stuhl- und Urinproben abzugeben, hat dann identifiziert, dass sich in diesen Proben tatsächlich die erwähnten Bakterien, die für Typhus verantwortlich sind, enthalten sind. Man hat dann gesagt, naja, man könnte die Gallenblase entfernen. Es ist offensichtlich so, dass in der Gallenflüssigkeit diese Bakterien dann auch ganz gut leben können und überleben können und dass das einer der Herde ist. Und Mary Mellon hat sich aber geweigert. Mehr so daraus hat sie gesagt, mir schneidet keiner rum und ich bin auch nie krank gewesen und ich bin unschuldig. Und es gab, sie hat dann selber auch noch versucht, Gutachten einzuholen und Proben untersuchen zu lassen und da ist auch teilweise dann festgestellt worden, dass eben sie keine Erreger ausgeschieden habe. Wobei man sagen muss im Laufe der Geschichte, dass diese Untersuchungen halt nicht falsch waren. Also sie war ganz klar. Genau, ein Dauerausscheider, genau. Und es gibt heute auch Stimmen, die sagen, naja, wenn sie diese Operation zugestimmt hätte bei den Infektionsraten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wäre das Risiko auch sehr, sehr groß gewesen, dass sie unter Umständen diese Operationen, die Entfernung der Gallenblase, gar nicht überlebt hätte. Und so hat man sich dann entschieden, sie von 1907 bis 1910, also gleich drei Jahre lang, aufgrund einer, ja, Charter der Stadt von New York, nämlich den Sektion 11, 16 und 11, 70, gemäß in Isolation zu stecken. Und dafür kam sie dann auf eine Klinik auf die North Brother Island und musste drei Jahre lang zunächst mal in dieser Klinik verbleiben. Also nicht direkt in der Klinik, also sie hat da wohl so ein kleines Haus gehabt, was aber auch bedeutet, dass sie selbst auf dieser total abgelegenen kleinen Insel, also nicht total abgelegenen kleinen Insel, aber auf dieser sehr kleinen Insel noch mal ein bisschen für sich war, weil natürlich sie auch nicht unbedingt da war, wo sonst Mitarbeiter waren, die Kranken waren. Und es gab auch sonst keine Typhusfälle, das hat sie selber in einem Brief mal geschrieben, die da in dieser Klinik, in diesem Sanatorium gewesen wären. Also sie war wirklich ein ganz, ganz tragischer Fall von jemandem, der tatsächlich im Prinzip in einem Gefängnis saß, obwohl sie überhaupt nichts verbrochen hatte. Und das ist ihr natürlich auch wirklich ganz, ganz stark, ja, also sie hat kein Verbrechen in dem Sinne, Sie war unkooperativ, ja, ja, genau, natürlich, klar. Also sie hat natürlich die öffentliche Gesundheit gefährdet. Und Menschen krank gemacht? Und Menschen krank gemacht, sie war unkooperativ. Aber ihrer Überzeugung nach war sie eine unschuldige Person, die wirklich unschuldig in Haft sitzt und hat auch wahnsinnig darunter gelitten. Es gibt einen erhaltenen Brief, in dem sie also wirklich sehr plastisch beschreibt, was das mit ihr gemacht hat, dass ihr eins Auge die ersten sechs Monate gelähmt gewesen sei. Also sie hat so starke nervöse, ja, oder stressbedingte Reaktionen entwickelt, dass sie wirklich so eine halbe Gesichtslähmung beziehungsweise Augenlähmung entwickelt hat und keiner hätte ihr da geholfen. Also das ist natürlich irgendwie auch... Ja, also man kann mit Blick auf ihre weitere Gesundheitsgeschichte vermuten, sie ist ja später in den Folgen eines Schlagerfalls auch verstorben, dass das vielleicht schon auch ein kleiner Schlaganfall gewesen ist. Aber nichtsdestoweniger beschreibt sie da halt sehr schön, dass da keiner sich um sie gekümmert hat. Sie hat immer wieder gesagt, mir geht es nicht gut. Und man hat sie ja wirklich, wie sie schreibt selber, wie so eine Leprakranke aussätzlich behandelt in diesem Brief. Wir verlinken euch diesen Brief auch nochmal in einer etwas modernisierten Fassung. Und 1908 dann auch nach einem Jahr in dieser Isolation ist sie dann das erste Mal auch Typhoid Mary genannt worden. Nachdem man ihren Nachnamen zuerst, also aus der Presse rausgehalten hatte, ganz am Anfang. Irgendwann ist er dann natürlich doch in die Presse gelaufen. Genau. Und vor allen Dingen war das noch nicht mal die Presse, sondern tatsächlich war es, also die sowieso, aber auch das Journal of American Medical, der American Medical Association hat sie so benannt. Also das ist auch etwas, was ja auch nicht so nett ist, tatsächlich von einer, das ist ja im Prinzip die American Medical Association, ist etwas wie die Bundesärztekammer hier bei uns, vergleichbarer Natur von der Organisationsgrad her. Und die haben dann eben auch diesen Begriff benutzt. Jetzt war es aber so, du hast es gerade schon gesagt, die Presse hat über sie geschrieben, geschrieben, man hat über sie berichtet. Und der Druck wurde natürlich irgendwann auch größer, auch innerhalb des Health Departments in New York und auch der politisch-ethische Druck, dass man gesagt hat, naja, wir können doch jetzt aber nicht eine Frau mit Anfang 40 den Rest ihres Lebens auf so einer Insel verlassen. Und sie hat natürlich also wirklich auch einen Kreuzzug natürlich geführt. Immer wieder Klage eingereicht, also wirklich juristische Freilassung. Und es ging auch immer so ein bisschen hin und her, mal waren sie sozusagen kurz davor, sie gehen zu lassen. Und dann ist sie gefragt worden, ja, wo würden sie denn hingehen, wenn sie jetzt die Insel verlassen dürften? Ja, natürlich nach New York. Ach nee, dann lassen wir sie doch nicht gehen. Also das war auch ein ständiges Hin und Her und ihr Status. Also man kann sich das fast vorstellen wie jemand, der irgendwie auf einem Flughafengelände festsitzt, weil er eigentlich in kein Land mehr einreisen kann. Also sie war wirklich so in so einem Schwebezustand zwischen den Welten. Und das ist natürlich einfach eine grauenvolle Situation. Man hat dann begonnen, ihr so goldene Brücken zu bauen. Ja, wenn sie jetzt sagen würde, dass sie zu ihrer Schwester in den und den Bundesstaat gehen würde. Schwester, in Anführungsstrichen. Genau, so Zwinker, Zwinker. Dann würde man sie natürlich gehen lassen. Hauptsache, sie würde nicht nach New York zurückgehen. Dann hat sie mal gesagt, ich habe gar keine Schwester da. Und hat also nicht verstehen wollen, vielleicht hat sie es auch nicht verstanden, aber dass man ihr da so eine Brücke bauen wollte und sagte, okay, wenn du rausgehst aus unserer Verantwortung, dann ist uns das auch wurscht. Weil ja, auch das muss man sagen, es gab ja mehrere Dauerausschalter zu diesem Zeitpunkt. Ja, sie war nicht die Einzige, die natürlich als Überträger, als gesunder Überträger von Typhus identifiziert worden ist. Können wir ja nachher nochmal so in der Nachbetrachtung drauf eingehen. Und dann irgendwann hat man sie also 1910 entschieden, hat gesagt, okay, wir können mit diesem Druck auch nicht mehr umgehen. Das war ein neuer Verantwortlicher, Dr. Ladele, der dann gesagt hat, nee, das geht nicht ethisch. Genau. Und dann war es so, dass man gesagt hat, okay, du darfst nicht mehr als Köchin in einem Bereich arbeiten, wo Essen zubereitet wird. Und du musst dich regelmäßig bei uns im Health Department melden. Und unter diesen beiden Auflagen kannst du die Insel wieder verlassen. Und darauf hat sich Mary Mellon eingelassen. Was man nicht getan hätte, was man heute wahrscheinlich vielleicht gemacht hätte, wäre eine Umschulung. Das ist ein ganz wichtiges, jetzt kommen wir nämlich wirklich zu einem ganz wichtigen Punkt, wo auch wirklich so die Frage ist, wer ist denn jetzt hier eigentlich sozusagen der Bösewicht in der Geschichte? Wie immer sind es viele. Wie immer sind es viele, aber so ganz viele Artikel, die man so liest, haben bisher immer so gesagt, das war jetzt so der entscheidende Punkt. Wenn sie sich wirklich dran gehalten hätte und nicht mehr gekocht hätte, dann wäre sie also vielleicht schon eher so als Unschuldsengel aus der Nummer wieder rausgekommen. Hat sie aber nicht. Also man hat sie von der Insel entlassen, hat geguckt, dass sie eben nicht mehr als Köchin arbeitet. Sie hat dann als Wäscherin gearbeitet. Und da muss man jetzt wirklich dazu sagen, da ist sie sozusagen von einem Ende der angestellten Leiter wirklich vom oberen Ende runtergepurzelt auf fast die unterste Stufe, weil man als Wäscherin nicht nur einen unfassbar harten Job macht, sondern auch einfach, um es mal ganz, ganz deutlich zu sagen, beschissen bezahlt wird. Und das war also etwas, was ihr im Prinzip wirklich wie eine nochmalige Bestrafung vorgekommen sein muss. Von einer Stellung, wo sie als Köchin schon fast so ein bisschen wie so eine Haushaltsmanagerin gewesen ist, also wirklich auch fast über ihre eigene Stellung als Köchin hinaus wertgeschätzt wurde, dann zu jemandem, der wirklich die niederste Arbeit verrichtet und überhaupt nicht mehr als Mensch sozusagen wirklich in Erscheinung tritt. Das muss unfassbar hart gewesen sein. Ja, also Wäscherin für die erwerbstätigen Frauen in der Zeit das wirklich Niedrigste. Und als Köchin natürlich in den Upper-Class-Familien war sie einen gewissen Luxus ja auch gewöhnt, wenn auch nur so über Bande, aber immerhin. Und das hat nach drei Jahren spätestens dazu geführt, dass sie vom Radar verschwand und sich eben nicht mehr beim Health Department gemeldet hat. Und man hat sie dann auch nicht mehr gefunden. Und da war natürlich die Frage, wo ist sie hin, was ist passiert? Also sie hat sich ein Pseudonym scheinbar zugelegt. Mary Brown. Und im Jahr 1915 dann letztendlich, also nochmal zwei Jahre später, nachdem sie von der Bildfläche verschwunden war, gab es dann einen relativ großen Typhus-Ausbruch im Sloan Hospital für Frauen. Und da war es so, dass 25 Personen erkrankt waren, darunter auch Ärzte zum Teil. Und zwei Menschen verstarben dann auch an Typhus im Nachgang dieses Ausbruchs. Und ja, da war es dann so, dass man wieder in die Frage hineinstieg, wer könnte es denn gewesen sein? Und tatsächlich war es so, dass man sie dort wieder identifizierte. Man hat wieder nachrecherchiert und es war dann eine Mary, die dort gearbeitet hat, Mary Brown, du hast es gerade schon gesagt, und dann zählte man aber zwei und zwei zusammen und hat sie dann verhaftet. Es gibt Quellen, die berichten, dass sie sich da dann auch gar nicht mehr so gewehrt hat. Das mag jetzt aber auch so ein bisschen vielleicht so eine Beschreibung von Außenstehenden gewesen sein. Aber um es kurz zu machen, man nahm sie wieder in Gewahrsam und hat sie dann später wieder auf North Brother Island gebracht. Und zwar am 27. März 1915. Und sie ist dann dort für den Rest ihres Lebens geblieben. Das heißt also nochmal, wenn ich solche Überblicke, 23 Jahre lang war sie dann auf dieser Insel und durfte auch nicht mehr runter. Sie hatte immer wieder Besuch von Medienvertretern, von Journalisten, die Artikel auch über sie geschrieben haben. Sie hat selber auch in der Öffentlichkeit ein Stück weit gesucht. Und ich glaube, sie durfte ab und zu die Insel kurz mal verlassen. Unter Aufsicht, Familie, Freunde mal besuchen. Genau, und dann hat sie aber eigentlich auch die Auflagen ganz gut eingehalten und hat sich dann sozusagen wieder zurückgemeldet. Parallel dazu, wie gesagt, gab es dann schon natürlich die Anweisung, wie Menschen, die Essen zubereiten, kontrolliert wurden. Da gab es neue Regularien. All das kennt man ja heute. Heute gibt es ja sowas wie das Gesundheitszeugnis, was man ja auch haben muss in solchen Berufen, selbst bei uns in Deutschland. Also all diese Dinge sind natürlich hier um die Jahrtausendwende, Jahrtausendwende, Jahrhundertwende auch eingeführt worden. Bei den Journalisten, die sie besucht haben, deswegen habe ich das gerade nochmal angetextet, gab es die Anweisung, dass sie kein Wasser von ihr annehmen sollten. Also die sollten ihr einfach im Grunde genommen auch fernbleiben. Also wirklich wie so eine Aussätzige ist sie behandelt worden. Und es ist dann am Ende so gewesen, dass sie einen Schlaganfall erlitten hat und dann später in einer Lungenentzündung verstorben ist. Aber das war auch eher dann tatsächlich eine Folge des Schlaganfalls, der sie paralysiert hat. Sie konnte sich nicht mehr bewegen und das weiß man ja, wenn ältere Patienten ins Liegen kommen, dass so ein klassisches Beispiel dann eine Lungenentzündung ist, die dann sie aus dem Leben reißt. Während der Zeit auf der Insel war es dann immer noch so, dass man ihr immer wieder auch angeboten hat, die Gallenblase ihr zu entfernen in einer OP. Das hat sie auch Zeit ihres Lebens abgelehnt und hat sich dagegen gewehrt. Das war immer noch so eine Überlegung nach so einer OP, sie eventuell dann zu testen. Sie ist sehr, sehr regelmäßig am Anfang zumindest, du beschreibst das auch in den Briefen, das getestet worden immer mal wieder. Das wurde dann aber auch immer weniger und du hast es dann schon beschrieben, ging dann eher in so eine Vernachlässigung über ihre Personen und sie ist dann tatsächlich in dieser Isolation auf der Insel am Ende auch verstorben. Jetzt ist natürlich die Frage, also man kann ihr sicherlich, denke ich, den Vorwurf nicht ersparen, dass sie wieder mit dem Kochen begonnen hat und dann auch noch, ich weiß gar nicht, also so bockig kann man schon fast gar nicht sein, ausgerechnet auch noch in einem Krankenhaus dann zu kochen, wenn man wirklich mit solchen Vorwürfen konfrontiert war. Also es ist ganz, ganz schwer, dass das, also ihre Motivation so einzuordnen, ob sie sich da wirklich beweisen wollte auch, dass sie unschuldig ist und dass sie an diesem, diesen Gutachten, die sie selber eingeholt hatte, so festgehalten hat und sich so daran geklammert hat, dass also alle ihr Unrecht tun, dass sie eben gesagt hat, ich sehe es nicht ein, ich arbeite jetzt wieder als Köchin. Also das ist natürlich schon schwerwiegend, was sie da gemacht hat, das war sicherlich eine falsche Entscheidung von ihr. Aber auch seitens der Behörden ist natürlich die Frage, wie harsch musste man wirklich mit ihr umgehen, während einige andere Menschen, die wirklich auch als Dauerausscheider identifiziert wurden und im Prinzip war es bei Typhus ja auch so, dass jeder, der die Krankheit überlebt hat, also zumindest für eine gewisse Zeit als Überträger noch in Frage kam und das natürlich wahnsinnig viele Menschen waren und man die nicht alle testen konnte und ausfindig machen konnte und es eben viele, die auch als Dauerausscheider identifiziert wurden, waren dann halt auch wieder auf den Straßen unterwegs und warum musste man ausgerechnet Mary Mellon jetzt auf eine Insel verfrachten und da für den Rest ihres Lebens festhalten und es ist sicherlich so, dass da wirklich auf beiden Seiten viel falsch gemacht worden ist und sicherlich auch ihr absolutes nicht einsehen wollen und ihre wirklich Bockigkeit bis ins Letzte da eine Rolle gespielt hat und man ihr sicherlich vielleicht auch einfach zeigen wollte, wer da am längeren Hebel sitzt und dass die Behörden eben alles tun würden, um die Bevölkerung der Stadt New York, also vor solchen Menschen, die so uneinsichtig sind, auch zu schützen. Also ganz schwieriger Fall. Heute ist das ja auch so, wenn jemand eine ansteckende Krankheit hat, die eben unter diese Quarantänebestimmungen fällt, dann kann es ja sein, theoretisch, dass er sich nicht einsichtig zeigt und dann kann es nach einem richterlichen Beschluss, das ist dann eine Freiheitsentziehungssache, entschieden werden, diesen Menschen im Krankenhaus festzuhalten gegen seinen Willen. Aber natürlich ist das nicht ganz so einfach. Das ist natürlich eine schwerwiegende Entscheidung. Wir müssen vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, weil vielleicht der eine oder andere jetzt die Frage immer noch hat, warum hat sie denn selber nie die Krankheit gehabt und warum war sie Dauerausscheider? Man muss dazu sagen, also es gibt natürlich auch Menschen, die tatsächlich immun sind, die nicht krank werden von Typhusbakterien. Allerdings kann man auch vermuten, dass sie eine extrem leichte Form von Typhus gehabt hat. Deshalb hattest du auch am Anfang gezuckt, als ich sagte, sie habe behauptet, niemals krank gewesen zu sein. Genau, weil nämlich Typhus in leichten Verläufen, die es durchaus auch gibt, dann eher mal wie so eine kleine Erkältung tatsächlich wirken und auch so sind. Eine Woche krank, Unwohlsein und dann geht es wieder weiter. So wie so ein Grippaler-Infekt vielleicht auch. Und es ist eben heute nicht mehr klar, was es war. Und natürlich war es auch so, dass jemand wie so eine Köchin 1900, die dann mal so eine Erkältungssymptomatik oder Grippesymptomatik hatte, ja nicht zum Arzt gegangen ist, einen gelben Schein bekommen hat und dann krank gewesen ist, krankgeschrieben gewesen ist. Natürlich haben die weitergearbeitet und dann auch eventuell sogar ausgeblendet, dass sie überhaupt irgendwie erkrankt waren. Also in dem Fall hat wahrscheinlich weder das Bakterium noch das Immunsystem gewonnen, sondern es hat sich dann so eine Balance eingestellt. Genau, so beschreibt man das. Und damit ist sie dann Dauerausschleiterin gewesen. Und das ist durchaus häufig, das ist auch heute noch so. Wie gesagt, heute ist es so, dass natürlich die Versorgung mit Antibiotika einfach die Krankheit Typhus nicht mehr zu einer so großen Gefahr macht. Immerhin sterben trotz Antibiotika auch immer noch Menschen in der ersten Welt natürlich an Typhus. Das ist immer noch so und insbesondere natürlich in ärmeren Regionen unserer Länder ist es schon noch so, dass es da zu tausenden von Toten dann mit so gewissen Wellen von Typhus auch kommt. Also es ist nicht so, als ob Typhus eine komplette Nicht-Existenz mehr in unserer Gesellschaft hätte, nur eben bei uns. in ärmeren Regionen der Welt. Habe ich gesagt Deutschlands? Du hast in ärmeren Regionen unserer Länder gesagt. Ja, der Länder. Nicht, dass es heißt die ärmeren Bundesländer. Nein, nein, nein. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist jetzt natürlich ein makabrer Scherz. Also Typhus ist natürlich immer noch eine schwerwiegende Erkrankung und es ist natürlich schrecklich, dass es überhaupt solche Krankheiten gibt, die ja also viele tausend Todesopfer in manchen Regionen der Welt einfordern. Jetzt haben wir hier über Mary Mellon gesprochen, die dann unruhlicherweise als Talverd Mary in die Geschichte eingegangen ist. Zu einem Zeitpunkt, an dem wir hier ja so etwas wie eine Hysterie gerade auch wieder erleben. Und wir haben ja auch schon so ein Kommentare erhalten, die uns ja unterstellen, wir würden Covid-19, die Erkrankung, die durch das neuartige Coronavirus übertragen wird, ja, als lapidar darstellen. Man könnte das einfach durch Hände waschen, vermeiden, krank zu werden. Tatsächlich ist das erstmal so. Jeder virale Infekt ist erstmal durch eine vernünftige Händehygiene tatsächlich aus der Welt zu schaffen. Wie sowieso auch in der Grippezeit bitte, bitte angezeigt ist. Notwendig ist. Also wenn man U-Bahn fährt oder in der Öffentlichkeit draußen unterwegs ist, sollte man danach nicht sich ins Gesicht fassen oder am Auge kratzen. Das sind alles Übertragungswege, wo die Viren eindringen können. Und wenn man sich dann die Hände auch wäscht, sollte man vielleicht dann, wenn man im Moment Angst hat und sagt, ich möchte was machen, nicht für uns um irgend so ein blödes antibakterielles Zeug, oder sich sogar noch irgendwelche Masken zulegen, die einen selber übrigens gar nicht schützen, sondern die Masken sind eher dafür da, dass Menschen, die sowas in sich tragen, das nicht verbreiten können so stark. Denn wenn man eine Maske vor dem Gesicht hat, ist es so, wenn man dann hustet oder so, dass zumindest die Tröpfchen genau so ein bisschen eingedämmt werden. Also Hände waschen, man kann auch üben, ich bin auch gerade übrigens dabei, das kann man trainieren, sich sowieso nicht ins Gesicht zu fassen. Das ist in ganz vielerlei Hinsicht total gut, wenn man das lernt. Lass mich ganz kurz zum Händewaschen noch was sagen. Und beim Händewaschen eben das, was man häufig nicht macht, selbst wenn man lange wäscht, einfach immer mit der einen Hand immer über die Finger und Fingernägel nochmal drüber gehen. Wir waschen uns die Hände, wir verschränken das und dann muss man wirklich nochmal jedem Finger einzeln auch abseifen. Und meine Schwester, die Ärztin, hat mir neulich noch gesagt, dabei zweimal Happy Birthday singen. Kann man auch machen, das ist von der Dauer her schon mal sehr, sehr gut. Gibt schöne Videos im Internet, vielleicht finde ich noch eins, was man verlinken kann, wie man es vernünftig macht, sich die Hände zu desinfizieren. Und desinfizieren heißt in dem Fall tatsächlich erstmal waschen. Das ist schon auch richtig, richtig gut. Mit Seife, bitte. Unter fließendem Wasser und mit einem trockenen Handtuch abtrocken. Und wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist, vielleicht nicht unbedingt das Gebläse, sondern wenn es geht, irgendwie Papierhandtücher. Und einfach nochmal von unserer Seite auch, um hier nochmal eine Einordnung vorzunehmen. Wir haben in der Grippesaison 2019, das ist hier gerade ein Artikel, den ich zitiere, vom 21. Februar 2020, haben wir 80.000 Infizierte gehabt in Deutschland und haben darunter 130 tote Menschen gehabt. Nochmal, Grippe, die wirkliche Grippe, nicht Erkältung, Husten und ein bisschen Nase laufen, sondern die richtige Grippe. 80.000 Infizierte in Deutschland, davon 130 Tote. Da sind wir im Moment, was das neue Virus, Coronavirus, was dann Covid-19 nach sich zieht. Sind wir noch gar nicht an dem Punkt? Bevor jetzt wieder Leute böse Kommentare schreiben und sagen, wir würden die Grippe und das Coronavirus irgendwie gleichsetzen. Also man ist sich natürlich noch nicht ganz sicher, wie das mit der Mortalitätsrate ist und ob jetzt das Coronavirus gefährlicher ist oder die Grippe. Also es ist alles dahingestellt. Aber die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung ist im Augenblick noch geringer. Darauf wollte ich gerade erstmal hinaus. Erstmal nur die Zahl von infizierten Menschen. Also wir müssten auch nicht die Zahl von 80.000 grippeinfizierten Patienten haben, wenn alle sich vernünftig die Hände waschen würde. Und die Grippe ist insbesondere natürlich für ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen wirklich auch eine relevante und schwerwiegende Erkrankung. Und es gibt ja eben bei diesem neuen Coronavirus und das ist das, was es so besonders macht. Im Moment A kein Impfstoff und B gibt es zum einen Verläufe, wo die Leute sagen, ja ich bin ein bisschen erkältet. Also es gibt einen sehr schönen Bericht eines Arztes, der selber erkrankt ist aus NRW, der im Prinzip völlig symptomfrei ist. Der sitzt in der Isolation im Krankenhaus und sagt, naja eigentlich geht es mir total gut. Der ist nicht krank. Der hat auch keine Lungenentzündung, der hat aber diesen Virus. Das ist einer der Verläufe. Es gibt dann andere Verläufe des neuartigen Coronavirus, die sehr sehr schnell zu einer Lungenentzündung führen, die dann auch bedrohlich ist. Aber in Deutschland bisher eben haben wir noch keinen Todesfall und auch die schweren Fälle werden im Moment behandelt und sieht so aus, dass sie hoffentlich und das wollen wir allen Wünschen nicht letal enden. Das heißt, wenn also jeden Tag nochmal fünf neue Erkrankte in NRW genannt werden, ist das schlimm und das lässt sich auch nicht vermeiden und übrigens finde ich auch dieses ganze Rumgeeiro, ob wir hier mit einer Pandemie zu rechnen haben oder nicht, ist halt Bullshit. Man kann sich gerne die Definition einer Pandemie anschauen. Eine Pandemie ist es dann, wenn eine Krankheit über mehrere Kontinente verbreitet auftritt und das haben wir. Also dieser Virus ist eine Pandemie, ist aber genau wie Influenza, die ist eine ständige Pandemie, die wir haben. Das ist eine Definition, die vorgenommen worden ist von der Weltgesundheitsorganisation, die nichts über die die Schwere oder die Gefährlichkeit oder die Bedrohung einer Krankheit ausgeht, sondern die Begriffe Epidemie, Pandemie sind Begriffe, die die Verbreitung einer Krankheit beschreiben. Aber vielleicht nochmal wirklich, um es ganz, ganz deutlich zu machen, was jeder tun sollte, um sich und andere zu schützen. Also wir haben das Händewaschen erwähnt, nicht ins Gesicht fassen. Wir haben noch nicht erwähnt, dass man natürlich, wenn man solche Symptome hat, am besten nicht mehr zur Arbeit geht, also nicht heldenhaft sich irgendwie mit Grippe zur Arbeit schleppen oder vielleicht dann doch erstmal beim Arzt anrufen. Das sollte man übrigens sowieso nicht machen. Genau, das sind alles so Dinge, die so allgemeingültig sind eigentlich. Und wenn man es dann wirklich mit jemandem zu tun hat, der infiziert ist oder der Symptomatiken, die in die Richtung weisen, vielleicht aufweist, Abstand halten, aufs Händeschütteln verzichten, auf Umarmen, wenn es dann nicht unbedingt sein muss, verzichten. Also das sind einfach so ein paar allgemeingültige Maßnahmen, die man irgendwie so ergreifen kann. Und ansonsten bitte, bitte keine Leute diskriminieren, die in der Öffentlichkeit husten. Das kann alle möglichen Gründe haben. Eine Brontitis zum Beispiel. Oder die so ausschauen, als seien sie aus asiatischen Ländern oder so. Also bitte nicht das als Vorwand nutzen für Rassismus. Das ist richtig beschissen. Lass das bitte sein. Und was mir auch jetzt in die Timeline gespült worden ist und da sind wir wieder auch an dem Punkt, über das wir immer wieder, über den wir immer wieder reden, nämlich Media Literacy. Da wurde ein Video bei mir in die Timeline gespült, eines Arztes aus dem Ruhrgebiet, der da sitzt und sich anderthalb Minuten beschwert, er würde kein Desinfektionsmaterial bekommen, keine Masken bekommen. Und wenn er das nicht kriegt und die Regierung sagt, wir sind vorbereitet, wir sind überhaupt gar nicht vorbereitet, dann würde er seine Praxis zumachen und das seien Zustände, die könnte man gar nicht akzeptieren, so wie das läuft. Und dieses Video wird tausendfach geteilt, auch in WhatsApp-Gruppen, so habe ich es gelesen, wird es geteilt. Und ich habe mir dann einfach mal die Mühe gemacht, diesen Arzt nachzugoogeln und dann findet man einen Artikel in einer Zeitschrift, Tageszeitung, die ihn dann interviewt hat, nach diesem Video und dann sagt er, ja, ja, irgendwie anderthalb Stunden, nachdem er das Video hochgeladen hat, hätte sich dann ja ein Unternehmen bei ihm gemeldet mit Desinfektionsmaterial und also bei ihm in der Praxis sei jetzt alles in Ordnung, sie seien gut versorgt und die Patienten seien sowieso total entspannt bei ihm in der Praxis und bisher sei auch noch kein Fall bei ihm in der Praxis gewesen. Das heißt, so ein emotionaler Aufreger, da muss man sich auch fragen, sollte ein Hausarzt, eventuell ein Facharzt für Allgemeinmedizin so reagieren? Eher nicht, sondern man sollte da entspannt, vorsichtig und bewusst mit dem Thema umgehen. Aber so ein Video wird dann tausendfach geteilt und neigt dann wirklich dazu, so eine Hysterie hier voranzutreiben und das ist halt Blödsinn und dann kann man einfach auch nochmal ganz kurz nachrecherchieren, wie ist denn die Lage jetzt gerade in der Region und dann liest man plötzlich, dass die Lage dann gar nicht so schlimm ist, wie sie in diesem anderthalbminütigen Video, was dann tausendfach geteilt wird, uns Glauben gemacht wird. Wir können bei der nächsten Erfolge sagen, ganz Deutschland liegt jetzt unter Quarantäne wegen Corona, auch das ist eine denkbare Variante. Wenn jetzt aber alle anfangen würden, in Deutschland sich die Hände zu waschen, vernünftig und Desinfektionsregeln einzuhalten, würde diese Gefahr, glaube ich, deutlich geringer sein. Achso, und was ich vorhin noch vergessen habe, wenn man husten oder niesen muss, bitte in die Armbeuge. Das sollte man tun, wenn es geht. Wort zum Sonntag. Aber diese Panik macht einen bisschen wirklich Kirre und versucht, die zu deeskalieren, wo es eben gerade geht. Macht euch die Zahlen transparent, vergleicht es dann durchaus auch mit der Influenza. Wenn wir jedes Jahr genau diese gleichen Artikel über Influenza-Infizierte bekommen würden, dann würde kein Mensch mehr vor die Tür gehen in Deutschland, glaube ich. Das muss man sich aber auch vor Augen halten. Man kann sich übrigens auch super gegen Grippe impfen lassen. Das sollte man sowieso tun. Das ist so doof, ich habe das diese Saison nicht geschafft, weil ich jedes Mal, wenn ich das machen wollte, gerade so einen doofen Infekt hatte. Aber sonst hätte ich es gemacht. Ja. Jetzt müssen wir noch zu einer netteren Geschichte kommen. Freibad, Nachtbaden. Genau, löst das mal auf. Die Auflösung Ja, ist ein 16-Jähriger beim Nachtbaden, beim Heimlichen, im Freibad, tatsächlich beim Verlassen des Geländes mit dem Allerwertesten im Eingangstor hängen geblieben und musste dann von Feuerwehr und Polizei befreit werden. Die Geschichte stimmt tatsächlich, hat sich zugetragen in Stuttgart und der 16-Jährige wollte so um halb eins in der Nacht das Gelände verlassen und ist dann tatsächlich, also als er versucht hatte mit dem Kopf voraus so unter dem Haupteingangstor durchzurobben, ist er halt mit dem Po hängen geblieben und weil da auch so Haken oder Metallzacken eingelassen waren unten, ging es auch nicht wieder zurück. Also das war eine ganz, ganz blöde Situation. Das sind so Situationen, wo man sich dann denkt, wie bin ich da bloß reingeraten? Auf jeden Fall musste er tatsächlich dann die Polizei rufen und die Feuerwehr hat ihn befreit und ich weiß nicht, ob das dann das letzte Mal gewesen ist, dass er sowas versucht hat oder ob er es dann doch nochmal irgendwann gewagt hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall endete das nicht so richtig prickelnd für ihn. Ja, eine nette kleine Geschichte und damit sind wir auch nahezu am Ende dieser Episode angekommen. Vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr uns irgendwas mitteilen möchtet zur 250. Episode von Huxa, die steht jetzt ja quasi unmittelbar bevor, schickt uns gerne ein Audio-File, schnackt einfach was in euer Handy rein, schickt uns diese Audiodatei zu, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, irgendwelche Glückwünsche. Wir freuen uns darüber, wir haben schon eine ganze Reihe von tollen Einsendungen bekommen und wenn ihr da noch was loswerden wollt, gerne, 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 gerne. Weitere Details zur 10-Jahres-Feier wird's geben und wir können uns auch hier an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich wieder bedanken für all diejenigen, die Huxela in den Monaten Januar, Februar unterstützt haben. Das ist einfach toll und das freut uns sehr, 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 sehr und auch immer noch bekommen wir Feedback zu unserem Fragen-Special, das wir gemacht haben und das freut mich auch insofern, dass das eben nicht sowas ist, was dann nur Unterstützer bekommen auf Patreon oder auf einem anderen Portal, sondern dass wir es einfach normal gemacht haben und das ist durch die Bank sehr, sehr gut angekommen und das werden wir sicherlich nochmal machen. Denke ich auch, also wenn jetzt jemand das gehört hat und denkt, oh, aber die Frage, die eine Frage, die habt ihr nicht beantwortet, die möchte ich doch unbedingt mal hören, dann einfach zuschicken. Genau, das leitet uns zu und dann sammeln wir das wieder alles und dann machen wir nochmal ein Special. Ja, das war's. Wir hören uns im März dann wieder mit neuen Huxela-Episoden und bis dahin natürlich alles Gute und immer schön skriptisch bleiben. Tschüss. Der Huxela-Podcast ist und wird für immer eine kostenlose Produktion bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns gerne dabei unterstützen, diesen Podcast zu produzieren, so wie es schon viele, viele andere tun und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Das geht zum Beispiel durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder eine kleine Spende über PayPal. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Huxela unterstützen. Vielen Dank. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxela.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Untertitelung des ZDF, von ämyathiop Exact Vielen Dank.